Tag. Ich bin wieder zurück mit Ben & Ed. Ich werde zum Glück für die Folgen bezahlen, sonst wäre ich bei dem Schrott-Game nicht mehr mit dabei. Ja, das spielen wir hier. Ganz, ganz, ganz. Ja. Was steht da, Tobi? Geil. Heute wieder mit großartiger Stimmung. Curry wahrscheinlich mit Löffeln wieder unterwegs und am Spawnkill, ne? Wie immer. Ach Tobi, ich bin jetzt wieder da. Die Knarren sind auch neu mit dem Update, ne? Die Knarren sind neu mit dem Update, da gibt es jetzt auch Schrotflinten. Ja, ich freue mich, dass der Tobi heute wieder mit dabei ist. Guck mal, wie schön der die Sonnenbrüte da aufhat. Das ist einfach traumhaft. Gottobi, 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 Gottobi. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt einfach, okay? Machen wir einfach. Fünf Leben haben wir, fünf Minuten. Tobi, ich wünsche dir ganz viel Glück, okay? Fünf Leben nur? Ne, wir haben null Leben. Ach 10 Minuten. Achso. Das ist geil. Achso, geil. Warte ich. Fünf nicht, ich. Wir sollten das Zeppel vielleicht aber erst vorher ein bisschen angucken, nicht, dass wir es bei dem einen Level machen, dass wir fast alle tot sind. Ja, genau. Und dann kommt dahinter noch voll der Walk, weißt du. Waren wir mit Zeitlimit oder ohne? Ohne? So, was? Ohne, oder? Zeit, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Einfach die Grundeinstellung nehmen, oder? Okay. Ja, geil. Ja, geil. Ich habe es ausgemacht. Ähm. Alter! Was ist das jetzt hier? Tobi? Wo sind hier knarren? Ah, hier sind welche. Fuck. Toll, jetzt habe ich mein Leben verbraucht. Dafür, dass ich eine nehmen wollte. Oh mein Gott. Ach, da drunter. Ach du Scheiße. Na? Hey Tobi! Tobi, was ist los, du kleine Nade? Oh, wie gemein! Autsch! Autsch! Ey, das ist doch nix! Ich krieg wieder nix hin hier! Scheiße, ich glaub, das ist echt... Alter, ich hab noch zwei Leben! What the fuck? Ähm... Diese Mittelfinger, wie geil! Ähm... Fuck you! Oh, Scheiße, ich bin so doof! Ey, nicht euer Ernst! Ey, Curry! Ja, fein! Ey, Curry! Alter! Komm her! Alter! Hau ab, ey! Aaaaaaah! Alter, hör auf! Ey, Curry, komm mal her! Geh weg! Ey, Curry! Warte mal, Tobi! Ey! Boah, ich bin wieder da! Nein, wieso hab ich den nicht? Hä? Nein! Au! Ah, fuck! Au! Ah! Tobi, komm her! Ähm... Au! Au! Aua! Nein! Wie gemein! Nein! Scheiße! Dreckige... Tobi, warte mal, ey, wir müssen... Tobi, guck mal! Na, oh, no, no! Juhu! Wie geil! Mal auch nochmal und... Buum! Alter, was? Erik! Tobi! Komm her! Tobi, komm her! Erik! ERIK! Boa! Alter, ich bin wegkaterputiert worden! Oh man, ey, ich konnte mich einmal auf den Feuern! Tobi, was war das denn? Du wolltest schießen, hab ich gesehen, Tobi! Tobi, was ist denn los? Nein! Aua! Oh Gott, ich hab solche Angst gerade. Das ist aber auch, das ist aber auch ein Nervenaufreiben hier, ne? Wie kann man den Löffel eigentlich loswerden? Ah! Nichts! Aua! Aua! Hey! Nein! Tschüss! Oh, geil! Ey, Tobi, hau ab! Hä, lebt der Tobi da unten? Hä, lebst du noch da unten? Ja, ich lebe hier unten! Ich hab meinen Kopf geworfen! Ich konnte den echt einmal abschließen! Noch nicht! Dieser Runde, du Penner! Hallo, hallo Körper! Körper, Körper! Alter, nice! Ja, geil! Alter, nice! Okay, das ist gemein! Schön! Hä, wo ist der denn? Und? Curry! Besucht mich hier unten, bitte! Wer kommt mich besuchen? Alter! Hey! Ich respawne gleich! Ich wollte mal gucken! Schießt man sich Körperteile ab, oder? Tobi, Mann! Alter, Curry! Ciao, Tobi! Ciao, Curry! Boah! Ey, Pater! Ich bin draußen! Aus mit dir! So, Erik, wo bist du? Erik? So, ich werde beworfen! Warum? Ja, ich auch! Nee, das kann nicht sein! Das kann überhaupt nicht sein! Ich verstehe! Ich bin da beworfen! An diese Schroffeln, bisschen mehr! Hö! Alter! Was? Tobi, wieder da rumhüpft mit einem Bein! Nein! Nein! Und im Blasrohr! Tobi, du musst doch hin durch die Tür! Nee! Ich hab noch gar nicht gewonnen! Nee, nee, der Erik lebt noch! Achso, der ist uns da! Der Erik lebt noch, ja? Alter! Das ist doch Pahn! Ey! Pahn! Hä? Gar nicht! Was lügt denn denn so rum? Ja, genau! Oh! Boah! Boah! Boah, Alter! Was kann ich? Da kann man ja gar nichts machen! Oder was? Ja gut, du kannst mit rechter Maustaste zielen, ne? Oh! Tobi, ey! Boah! Es hätt so gepasst! Es hätt so gepasst! Wie krieg ich die Tür auf? Erik ist noch nicht raus! Achso! Achso! Ja, Erik ist noch Tobi! Du musst doch mal kämpfen! Oh Mann, ich krieg mal noch die fucking Löffel hier! Nein, nein! Du musst direkt am Anfang! 40 Sekunden noch, Leute! 40 Sekunden noch, Leute! 40 Sekunden noch! Erik hol dir doch mal ne Shotgun! Komm, wir machen hier richtig Duell! Okay! Aber wenn ich sie aufnehme, dann schießt du mich ja gleich weg! Nein, nein, nein! Sofort! Ich geh hier hinten extra hin! Guck! So, wie geht die? Äh, rechter Maustaste kannst du anvisieren und linker Maustaste schießen! Ja, geil! Nuke! 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 Feier the hole! Oh Gott! Lutsch auf meinem Bein! Ih! Da fliegen Gurken! Oh! Schade! Oh Mann! Können wir die Zeit vielleicht nochmal hochstellen und normal spielen? Das macht viel Spaß! Ja, ja klar! Können wir machen! Es ist alles möglich hier bei Ben und Ed! Alter! Hä? Warte mal! Warte mal! Wo sind denn die Hühner? Hier hab ich gar nicht gesehen! Welche Hühner? Warte! Da waren jetzt grad Hühner! Ich bin der Henning von den Hühner! Watt denn? Nochmal 8 Minuten! Hm! So! Ab geht der Spaß! Ah, ist klar! Die Hühner sind doch direkt beim Spawn fahren! Achso! Hab ich gar nicht gesehen! Hä? Hab ich gar nicht gesehen! Das soll aber nicht so sein! Achso! Ah, ist klar! Müsst ihr mal gucken! Müsst ihr mal gucken! Die sind echt am Anfang direkt! So! Jetzt aber! Zehn Minuten Curry! Ich hab fünf! Danach haben wir nur noch eine Map! Hä? Wie so fünf Minuten? Jetzt sind ja schon wieder fünf Minuten! Okay, dann mach ich nochmal! Obwohl ich's eingestellt hab! Da ist Bebruch hier! Das Spiel ist fehlerfrei! Da gibt's keine Bugs! So! Zehn! So! Mal gucken! Was er jetzt macht! Unendlich! Jawoll! Ah! Sehr gut! Sehr gut! Leute! Er ist angerichtet! Guck mal da! Das Dühnchen direkt am Spawn! Ach da! Das Dühnchen! Hab ich gar nicht gesehen! Alter! Hey! Hau ab! Wir haben uns halt nie davonfliegt! Alter! Das geht's doch nicht! Ich will nicht immer sterben! Hau ab! Tobi! Wann willst du mich? Nein! Kein! Kein! Das hört sich so geil! Oh! Party! Geh weg, geh weg! Lass mich noch mal! Lass mich noch mal! Ich muss das mal leeren! Geht das eigentlich auf die Entfernung? Boah! Tobi, was machst du? Erik! Erik! Warte mal, wer schießt denn da? Vorsicht! Der Curry ist hinter dir! Hier ist der Curry! Hier! Boah! Alter, hau ab! Geh weg! Nein! Die Knarre war weg! Ich hab meinen Kopf geworfen! Wieso das denn? Curry! Haha! Tobi, Curry 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 Curry! Curry Curry Curry! Curry Curry! Curry Curry! Curry Curry! 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 Bleib hier! Wie so eine Kakerlake, ey! Curry! 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 Oh, ich hab dich! Curry! Oh, fuck! Ich hab jetzt mal gesagt, Fug die Stade! Nein! Warum? Hey, ich hab auch geschossen! Das darf doch nicht wahr sein! Ey, Pan! Ey, Pan! Ey, Pan! Geh weg! Geh weg! Nein! Ey! Was ist das? Nein! Ja! Endlich! Hey Erik! Hey! So Kopf wie das Alter hier! Warte, ich nehm trotzdem den Shotgun! Einfach im Mund nehmen, kannst du doch, oder? Also als Kopf kann man noch viel besser überleben, oder? Ja! Kann man sich vielleicht noch die Faust umsetzen, warte mal! Ja! Juhu! Ah! Ah! Pass auf, der Snipp mit dem Finger und es nimmt dich weg! Oh! Ey! Oh! Alter! Donut! Geh weg, Pan! Hey, Erik! Pass auf, der Snipp uns weg! Ah! Jetzt verstehe ich das auch! Mein, mein Vater ist Cop! Ah! Hallo! Und die beiden! Hallo Kinder! Was machen wir denn? Hä?! Was machen wir denn? Ne! Warte! Oh! Ok! Oh! Oh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Geht gut oder was? Was? Ja, alles klar. Ich hab noch 4 Leben. Wie viel hat er? Ich hab da nur 3. Oh. Ah. Also ein bisschen Urlaub ist doch auch was Schönes. Wie umlässt sich's Leben? Alter, Bahn! Hahaha! Nice. Ach Tobi, ist das nicht schön? Ist das nicht schön Tobi? Ja. Die Bahn trifft eh nicht. Ja, ist ganz gut. Ah. Hahaha! Pass auf, die Curry sind denn hier. Nein, ich will die Fahrt doch gar nicht ab. Ah. Das gibt's doch nicht. Hä? Tobi? Tobi, willst du noch Knoppers? Hahaha! Noch ein Häppchen? Ey, das ist so eine Scheife! Noch ein bisschen Brie? Ein hohes Cäsar vielleicht. Ein hohes Cäsar vielleicht. Ein hohes Cäsar vielleicht. Ein hohes Cäsar vielleicht. Ah. Ah. Hey, Pan, was machst du denn da? Hä? Könnt ihr mal bitte aufhören? Das stört mich gerade. Ähm. Ah! Wo bin ich denn jetzt? Ah! Wo bin ich? Wo genau bin ich? Hä? Bin ich noch da oder bin ich tot? Hahaha! Wo ist denn der Tobi jetzt hin? Ey, Tobi. Wurde gesplasht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich glaube, es hackt hier, ey. Hack! Boah! Hahahaha! Hahahaha! Geh weg, Mann! Alter, geh weg! Hä? Was war das denn? Hä? Was ist mit meiner Krawatte? Ne, was ist das? Hä? Was war das denn? Warte, ich komm gleich. Alter, kann ich mich wegschleudern lassen von dem Stinkefinger hier oder was? Ja, das ist mir gerade passiert. Echt? Alter, warum? Ich hatte gerade endlich mal ne Knarre. Hahaha! Ach so, tut mir leid. Hä? Du hast ganz klein ne Knarre. Ach so, Pan, du Drecksack. Aaaaaah! Ey, Pan, du bist so böse. Oh ne, das soll ich nicht lang gehen. Ey! Alter, Erik! Ich hab jetzt keinen Monotief an! Ah! Erik, Erik! Ah, Tobi! Ah, ne, 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 ne! Ah, ne, ne, ne! Ah, ne, 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 ne! Ah, ne, ne, ne! Oh, Scheiße! Ich hab' meinen Kopf genommen! Ich bin geantwortet! So! Alter! Boah! So eine Scheiße! Ah, Curry! Was war das denn? Äh, Tobi? Ja? Du Madel! Hör auf! Hahaha! Ah! 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 Warte, 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 warte! Oh! Ja! Ja, ja! Oh, mein Kopf lebt noch! Geil! Oh, geil! Iiiiihihi! Sorry! Du hast das Ding noch in einer Hand! Nein! Nein! Hey, du hattest das Ding noch in der Hand, obwohl du gar keine Hand mehr hast! Iiiiihihi! Wie seh' ich denn aus, Alter? Iiiihihi! 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 Oh, ist der Fegler! Iiiihihi! Iiiihihi! Aber ich lebe noch! Iiiihihi! Ich kann noch alles schaffen, sagt meine Mutti! Iiiihihi! Du kannst auch surfen gehen! Boah! Ich surfe! Alter, Tobi! Ist das deine Einstellung? Boah! Ah, nein! Ah! You is out! Tobi, du kannst es schaffen, ne? Er wurde es! Ja, geil! Schaffe ich ewig! Irgendwas passiert hier gleich! Hey! Schnell werfen! Hey! Ernsthaft, Tobi! Ja! Ne, ne, ne! Hör dir den! Hör dir den! Oh, hier ist ein Stuhl bitte! Hör dir den! Hör dir den! Ah! 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 Ne, das Spiel ist jetzt nicht wieder geil! Ich hasse dich Curry! Ah! 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 Ach geil! Boah, die Map macht ja echt Spaß! Ja! Die macht voll Laune! Voll lustig! Die Waffen sind cool! Waffen sind ganz schick, ja! Und jetzt nochmal die Map, die wir letzte Folge gemacht haben zum Schluss! Was? Wir haben noch 5 Minuten! Was? Achso! Wir könnten also nochmal so ne Versusrunde machen! Soll ich nochmal eine machen? Geht das dabei? Mir macht die Spaß! Ich bin dabei! Geil! Ich darf diesmal nicht schon wieder gewinnen! Also nicht schon wieder die letzte Zeit! Machen wir ein Leben! Ja, ich Tobi gewinnt jede Folge! Ein Leben! Ja, echt, man! Ein Leben? Bist du mich parst? Hä, Curry bist du doof? Okay, zwei, komm! Ja, zwei! Machen wir zwei! Okay! Zwei Minuten! Zwei Minuten! Nein, Quatsch! Wir müssen noch 5 Minuten füllen von der Folge! Ja, wir machen 5 Minuten! Ich mach 6! Okay, sehr gut! Sehr gut! Dann gehen wir voll in Überlänge! Er hat 5, komm mal! Ja, ich hab 5! Oh Gott! Ähm! Das wird so geil! So geil wäre das jetzt! Das wird ganz furchtbar! Das wird gleich ganz furchtbar! Komm, ich stehe! Drecksack! Oh! Jetzt ist der Erik! Wo ist das denn er? Fuck! Okay! Nein! Nein! Tobi! Warum?! Tobi! Das war der Curry! Curry?! Alter, Curry ist so ein Stricher! Ja! Ach da! Guck, guck! Oh Mann! Guck, guck! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Oh, jetzt geht's wieder! Hä? Hui! Okay! Ich muss respawnen! Was war das denn? Puff! Oh Gott! Oh, die süße Schnecke! Was warst du denn für eine Figur, Alter? Sie sieht aus wie so... Ah! Tobi, komm! Guck mal auf meine Brüssel! Komm, Tobi, komm! Nee, nee, der Erik! Nein! Ja, ne? Hinten guckt der Arsch raus, das ist so eklig! Au! Oh nein! Er schafft es! Er schafft es! Was auch immer, er schafft es! Oh, Alter! Kannst du hauen mit den Armen? Weiß ich nicht! Nee, ich glaub nicht mehr! Komm her! Du könntest Curry in eine Falle locken! Nein! Oh, der Stricher! Ah! Oh, Alter! Das, was der Curry anhat, passt eigentlich zu gut zu ihm irgendwie! Ja, ne? Sollte es doch privat rum! Was macht der da echt so? Warum? Warum? Also die Stühle, Alter! Aber man, die Web ist cool! Also die Waffen finde ich scheiße! Macht echt Spaß! Ja, echt Spaß! Macht echt richtig Laune, Leute! Ja, dann! War das eine etwas kürzere Folge heute! Ja, passiert! Ja, okay! Aber wir haben ja gesagt! Wir haben ja gesagt! Kann passieren, dass die ein bisschen kürzer werden auch! Haben wir ja gesagt! Ja! Und ich glaube, die nächste Folge ist die letzte Map! Ich glaube, dafür müssen wir uns sowieso ein bisschen zahlen! Wir haben noch drei Stück! Nee! Echt? Ja! Geil! Gab's noch vier neue Maps? Wir haben noch drei Stück, Leute! Wir haben noch drei Stück! Okay, was ist denn die nächste? Was heißt folgende? Ähm! 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 Oh! Jakob! Geil! Ähm! Ist das der Mond vom großen blauen Haus da? Vom Bär im großen blauen Haus? He's watching you fail! Noch Drogen, Alter! Kennst du das noch, Tobi, ey? Ja, klar! Der Bär immer auf seinem Balkon da, Alter! Guten Abend, Moll! Hallo! Hallo Bär! Und Säure! Ah, das wird dein gut! Tschüss! Ach geil! Es wird wunderschön! Oh ja, wieder gute Laune, dann ist die Hauptsache! Ab geht's! Chau! Tschüss! Ach so! Ja! Bis zur nächsten Folge! Tschö! Oh, ja! Wo denn?